Auf den internationalen Finanzmärkten ist Russland durch die westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs so gut wie abgemeldet. Doch was den Druck auf Präsident Wladimir Putin erhöhen und den Kreml durch die Isolierung der russischen Wirtschaft zum Einlenken bringen soll, bringt für Investoren unangenehme Nebenwirkungen. Experten sehen Russlands Schuldendienst akut in Gefahr. Nach 1998 könnte es erneut zu einer Staatspleite kommen, auch wenn diesmal vieles anders ist. Russland droht trotz voller Staatskasse die Zahlungsunfähigkeit. Der Präsident des deutschen DIW-Instituts, Marcel Fratzscher, hält eine Staatsschuldenpleite Russlands in den kommenden Monaten für sehr wahrscheinlich. Aufgrund der westlichen Sanktionen bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Gläubigern nicht bediene, sagt Fratzscher. Unter einem Zahlungsausfall würden auch einige deutsche Investoren leiden. Zudem könne es zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen. Die russische Zentralbank versucht bereits mit mehreren Maßnahmen die wirtschaftlichen Auswirkungen der westlichen Sanktionen für den Finanzmarkt abzufedern. In der Nacht zum Mittwoch verhängt die Notenbank auch drastische Einschränkungen für den Devisenhandel. Dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge hat Russland 49 Milliarden Dollar, umgerechnet 45 Milliarden Euro, an Staatsanleihen in Dollar und Euro offen. Am 16. März stehen Zinszahlungen über mehr als 100 Millionen Dollar an. Am 4. April läuft eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar aus. Wir sehen einen Zahlungsausfall als wahrscheinliches Szenario, schreibt die US-Investmentbank Morgan Stanley am Montag an Klienten. Ich wäre schockiert, absolut schockiert, wenn sie sich die Mühe machen, ihren Zahlungen später in diesem Monat nachzukommen, sagt der Ex-Hedgefonds-Manager Jay Newman jüngst im Bloomberg-Interview. Auch die großen Ratingagenturen machen Anlegern wenig Hoffnung. Fitch, Moody's und S&P sehen Russlands Kreditwürdigkeit inzwischen im sogenannten Ramsch-Bereich, der hochriskante Anlagen kennzeichnen soll. Fitch warnt am Dienstag bereits vor einem unmittelbar drohenden Zahlungsausfall. S&P senkt die Bonitätsnote am Freitag um acht Stufen bis knapp über die Kategorie für Zahlungsunfähigkeit. Bei Moody's fällt das Rating aufgrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich Russlands Bereitschaft und Fähigkeit, seine Schulden zu bezahlen, auf noch tieferes Ramschniveau. Das weckt Erinnerungen, Rückblick. Der 17. August 1998 markiert den bisher schwärzesten Tag in der Wirtschaftsgeschichte des neuen Russlands. Damals stellt die Regierung wegen knapper Kassen die Bedienung der Binnenschulden ein und gibt den Rubel zur Abwertung frei. Die Finanzmärkte kommen ins Trudeln. Das Vertrauen in Russland ist dahin. Der Rubel büßt nach Jahren der Stabilität in wenigen Wochen 75 Prozent ein. Russische Banken können ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Internationale Finanzorganisationen stellen die Unterstützung ein. Diesmal unterscheidet sich die Situation in wesentlichen Punkten. Die Ausgangslage ist völlig anders. Damals hatte Russland hohe Staatsschulden und geringe Devisenreserven. Zudem war der Rubel noch an den Dollar gekoppelt, sodass die Zentralbank den Wechselkurs verteidigen musste. Im Zuge der Asienkrise und fallender Ölpreise entpuppte sich dies als hoffnungslos. Heute ist Russlands Staatskasse, nicht zuletzt dank hoher Öl- und Gaspreise, prall gefüllt. Doch durch die Sanktionen wird ein Großteil von Russlands Zentralbankreserven über rund 640 Milliarden Dollar eingefroren. So betonen auch die Kreditwächter von S&P und Moody's, dass die Hauptursache für das erhöhte Risiko eines Zahlungsausfalls nicht Geldnot, sondern Folgen der Sanktionen sind. Durch sie sind auch die Möglichkeiten der Zentralbank stark eingeschränkt. Selbst wenn Russland zahlen würde, wäre deshalb ungewiss, ob Gläubiger im Ausland an ihr Geld kommen. Ein weiteres Problem für internationale Investoren, auch Kreditausfallsversicherungen greifen bei manchen Anleihen womöglich nicht. Denn Russland könnte Schulden in Rubel begleichen, dafür das Geld aber nicht ins Ausland transferieren. So oder so zeichnet sich eine vertragte Lage ab. Experte Newman studiert die Wertpapierprospekte der russischen Anleihen und stößt dabei auf einige der verrücktesten Dinge, die ich je gesehen habe. Anders als bei üblichen Staatsschuldenverschreibungen enthalten die meisten Anleihen für den Fall von Zahlungsunfähigkeit keine Klausel zum Verzicht auf staatliche Immunität, so dass unklar sei, wie und wo die Regierung vor Gericht gebracht werden könnte. Es gibt bei all diesen Anleihen überhaupt keinen Schutz für Gläubiger. Newman weiß, wovon er spricht. Er ist jahrelang für den auf das Ausschlachten fauler Kredite spezialisierten Hedgefonds Animal Capital aus dem Elliott-Imperium des US-Milliardärs Paul Singer tätig. Auch wenn die Anleihezahlungen in der kommenden Woche ausbleiben, würde dies nicht bedeuten, dass Russland von heute auf morgen in die Staatspleite gerät. Nach dem ersten Zahlungsversäumnis beginnt gewöhnlich eine 30-tägige Gnadenfrist, so dass der eigentliche Ausfall erst im April erfolgen würde. Außerdem könnte es sich wegen der außergewöhnlichen Situation durch die Sanktionen zunächst nur um einen technischen oder teilweisen Zahlungsausfall handeln, also noch nicht um eine staatliche Insolvenz im eigentlichen Sinne.